Was geht, liebe Mid-Humans? Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Endera-Let's Plays. Ja, wisst Bescheid, mal fast zum Gruße und so. Wir waren hier gerade am Rumschauen und ich hab's ein bisschen verbimmelt wieder mit der Episodenlänge, wie ich das so oft mach und ja, wisst ihr, wie's läuft, ha? Haben uns hier die Teleportrollen gekauft, holen uns auch auf jeden Fall nochmal hier entspannte 18 Salz. Das seh ich auf jeden Fall. Ja, und sonst würde ich sagen... Gibt's hier nichts Interessantes für uns, oder? Viele Zauberbücher. Ah, hast du eine krasse Seelenfalle irgendwie? Seelenfalle Rang 2. Wenn das Ziel innerhalb von 20 Sekunden stirbt, füllt es einen Seelenstein. Könnt' wir schon mal mitnehmen. Ja, nehmen wir jetzt mit, nehmen wir jetzt mit. Das nehmen wir mit. Okay, cool, guck mal. Und dann will ich dir noch Dinge verkaufen, wenn möglich. Lebensenergie um 17 kannst du haben. Ein paar erlesen hier oben. Fingerfertigkeit 25% einfacher. Ja, easy. So, ja, den Schleichen behalte ich erstmal. Dann kriegst du, statt der Seelenfalle kriegst du Save nicht. Ja, Save. Ja, die Magierkapuze kannst du noch haben. Vielleicht mal wieder ein paar Potts. I don't know. Haben wir da irgendwas wertvolles, wichtiges, wo ich sagen würde, ah ja, braucht man eh nicht. Ja, Mana halt, oder? Guck mal, Mana kannst du haben. Ausdauer brauchen wir auch nie eigentlich. Aber behalte ich trotzdem mal die Exklusiven. Ja. Oder? Denk' ich, passt auch erstmal so. Passt erstmal so, ha? Cool. Cool. Dann haben wir jetzt 12k. Das ist schön. Dann gehen wir damit jetzt runter. Holen uns nochmal ordentlich Bücher fürs Handwerk und dergleichen, oder? Müssen wir mal gucken. Wir haben, glaube ich, so viele Punkte gerade offen. Oh, und ja auch vier Erinnerungspunkte. Stimmt, da hab ich jetzt ja auch ewig gepennt. Ja, okay. Dann schauen wir mal, was wir hier noch investieren können. Passende Rüstung, Salbenkunde, Giftkocher, Windläufer. Tragt ihr ausschließlich leichte Rüstung? Ja, das machen wir jetzt mal hier. Ah, mehr Ausdauerregie ist easy. Was haben wir da? Brauermeister. Alle selbstgebrauten Tränke sind fortan 20% wirkungsvoller. Nehmen wir mit. Schlangenblut. Solange eure Ausdauer über 50% beträgt, ist eure Giftresistenz um 40%. So wie der Rüstwert leichter Rüstung um 5% erhöht. Das ist bei uns halt immer. Das nehmen wir auch mit, würde ich sagen. Aber jetzt gucken wir erstmal, was da noch geht. Die Sternlingsspinne. Reinheit. Alle negativen Wirkungen selbsthergestellter Tränke und alle positiven Wirkungen selbsthergestellter Gifte werden entfernt. Erstmal unnötig für uns. Die Sternlingsspinne. Safecall. Ah, die kann man auch hoch machen. Interessant. Ja, jetzt holen wir die halt mal, oder? Werft eine mechanische Spinne, die am Zielort die Aufmerksamkeit auf eurer Gegner auf sich zieht. Sind die Gegner nahe genug oder löst ihr das Talent erneut aus? Explodiert diese, was die Gegner kurzfristig lähmt und sie mit einem Nervengift schwächt. Vergifte Gegner, die getroffen werden, erleiden automatisch mehr Schaden. Ja, das ist halt schon mächtig. Ja, komm, jetzt probieren wir das halt mal, oder? Die Gute. Probieren wir es halt mal, die Gute. Mal sagen wir ganz oben. Vagabund, hohes Glück, tragt ihr ausschließlich. Leichte Rüstung. Ja, Kopf, Brust, Hände, Füße. Besteht eine 10%ige Chance, dass der Schaden eines Nahkampfangriffs vollständig abgefangen wird. Das ist uns halt egal, weil im Nahkampf sind wir eh immer instant tot. Das heißt, ich würde hier auf die nächsten Stufen gehen, oder? Aber wir haben jetzt schon wieder keinen mehr. Ja, ja, haben wir keinen mehr. Okay, cool. Dann checken wir mal unsere mechanische Spinne aus, oder? Sollten wir das in der Stadt machen? Eher nicht, oder? Es ist kein Bock, dass die da irgendwo explodiert und alle hassen uns dann. Klassenaffinität freigeschaltet, was? Errungenschaft freigeschaltet, legendär. Errungenschaft freigeschaltet, abenteuerlich. Ja, easy. Ja, kein Problem für mich. So was schüttel ich aus dem Ärmel. So was schüttel ich aus dem Ärmel. Okay. Okay, Ulla. Ich hab nicht vergessen, dass sie auf unserer Liste steht. Hab ich nicht vergessen. Aber normalerweise war die doch immer außerhalb der Stadt. Nicht, dass es dann der andere ist und wir einfach alle töten, die diese Stimme haben. Sag mal, was raucht bei dir? Wie kann ich euch zu diensten? Ja? Ich hätte gerne einige Bücher. Danke, Mann. Äh, zeig mal her. Wie war das denn? Die waren schon richtig teuer, gell? Fernkampfmeister sind wir ja durch. Leichte Rüstung und so ist uns alles egal. Schleichen wir jetzt halt noch das Ding, gell? Schleichen Masterbooks. 10K kostet das. Puh. Das sind halt schon 10K, gell? Aber komm. It is what it is. It is what it is. Okay, so. Guck mal hier. Äh, 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 äh. Ne, nicht Handwerk. Lehrbuch. Schleichen. Ach so. Ich muss ja erstmal hier raus, oder? War ich schon draus? Hä? Hab ich grad... Hä? Ich hab doch grad die Schleichenbücher gekauft, oder? Ja, hier eben. Hä? Ach so. Die sind dann nicht beieinander. Ist ja... Ist ja komisch. Ja, komm. Lesen wir uns die alle rein. Nice, okay. So, dann würde ich gerne Handwerksbuch... Äh, schmieden und so noch herstellen. Beziehungsweise kaufen. Da stehen Handwerkspunkte. Wir haben immer noch 19 Lernpunkte. Worauf könnten wir denn noch gambeln? Leichte Rüstung könnten wir halt noch machen. Ja, ist uns halt eigentlich wurscht. Aber irgendwo drauf müssen sie ja noch eigentlich, oder? Lichtmagie. Könnten wir so ein bisschen heilen, oder so. Äh. Hm. Naja, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal nochmal hier für, äh, Verzauberung. Verzauberung bestimmt euer Können im Umgang mit magischen Gegenständen. Je höher euer Wert, desto mächtiger die Verzauberung, die ihr auf Gegenstände legt. Ja, kommt. Mach mal. Mach mal noch ein bisschen Verzauberung hier, oder? Dann brauchen wir Verzauberungsbücher. Ja. Die kriegen wir wahrscheinlich bei der mit draußen mit dem Stand, oder? Die ich immer wieder frage, wie ihr Leben ist, obwohl ich das nie wieder machen wollte, seit wir uns das das erste Mal angehört haben. Äh, nein, nicht, wie läuft das Geschäft genau. Aber immer doch. Dankeschön. Okay, grob... Ah, schade. Ich dachte, mächtiger. Sad. Sad, that's sad. Okay, dann zeig mal her. Ich hätte gern Handwerksbuch... Verzauberung... Auf 50 hatten wir jetzt, gell? Bis 50, das heißt, wir brauchen jetzt Experte. Ja. Schnell hart, gell? Hast du da nur eins? Echt jetzt? Okay. Eins reicht mir da jetzt aber nicht. Wer könnte da mehr haben? Vielleicht schaue ich doch nochmal bei ihr. Hatte sie da welche? Da habe ich jetzt gar nicht geguckt. Vielleicht hat sie ja welche da. Gell? Natürlich hat sie welche da. So, hast du Verzauberung? Handwerksbuch? Nee, Fingerfertigkeit. Okay, naheliegend. Ja, naheliegend, dass sie das hat. Naheliegend war das. Okay, dann vielleicht er noch? Hm? Wie sieht's da bei dir aus? Na, wie ist es? Schreit alles, was das Herz begehrt. Okay. Handwerksbuch. Rhetorik ist halt bei ihm das Ding, gell? Und Verzauberung Meister hat er immerhin zweimal. Ah, Meister halt, ja. Goddammit, okay. Wer hat... Wer hat das denn? Wer hat jetzt so ein Verzauberungsbuch für mich? Verzauberung. Ver... Verzauberung. Hm. Am ehesten die oben eigentlich, oder? So bei Funkenstab und Feuerblitz. Die muss doch Verzauberungsbücher da haben eigentlich, oder nicht? Also ich finde, das würde am meisten Sinn machen, so bei ihr. Hucke ich jetzt nochmal nach. Vielleicht habe ich da was übersehen oder vorher irgendwie noch gar nicht danach geschaut gehabt. I don't know, aber das wäre jetzt schon cool. Hm? Ja, gell. Hm? Okay. So, schau mal hier. Hier, so, Funkenstab und Feuerblitz. Wo bist du? Manche Menschen wissen einfach nicht, wo ihr Platz mehr hattet. Aufs Edelwahn. Hier, Funkenfürst. So, ich... Jedes Mal sage ich es falsch. Schreitet wohl. Zum Gruß. Hallo. Euch kenne ich doch. Ihr seid zurück. Hi. Meine Waren wollt ihr sehen? Genau. Ich bitte euch, euch Zeit zu nehmen. Das hoffe ich, wenn du... Verzauberung, ja, eben, gell, Experte. Hier, da, das brauchen wir. Danke dir, gute Frau. Kriegt auch den Mund nicht zu, ha? Okay. So, dann lesen wir uns die natürlich auch direkt alle rein. Verzauberung Expert. Dieses Lehrbuch enthält für euch sehr fortgesch... Was? Was? Hä? Wie hoch hatten wir Verzauberung? Hatten wir es... Hatten wir es gar nicht so hoch, oder? Hatten wir das auf 30 und nicht auf 50? Ja, verdammt. Oh, nee. Immerhin haben wir schon mal für die Zukunft investiert, ha? Geselle bis 50, ja. Okay, dann nehmen wir die mit. Alles klar, alles klar. Ich hoffe, du hast die regelmäßig am Start. Ich werde jetzt immer wieder mal kommen und die wegkaufen, ne? So, dann gucken wir da rein. Oh, da hat man sogar noch ein paar. Ist ja stark. Easy. Haben wir das auch? Ja, und dann würde ich sagen, wie viel haben wir denn jetzt? Ja, schon noch eine Menge. Ja, legen wir noch ein paar Sachen ab, oder? Legen wir noch ein paar Sachen ab, kochen noch schnell ein bisschen was und dann machen wir uns auch wieder auf die Socken, würde ich sagen. Dann machen wir uns auch wieder auf die Socken. Ich glaube, wir haben noch viel zu ledern. Das können wir noch machen. Ja, ein bisschen was herstellen und dann haben wir auch wieder eine weitere Episode der Verwaltung hinter uns. Muss manchmal eben einfach sein. Nein, ich denke, ich erzähle euch da nichts Neues. Ne, dies wurde dies. Ah, wir können nachher gleich direkt unsere Rüstung wieder regeln. Ja, dann haben wir hier noch von Braunbärenpelzen ordentlich was am Start. Wildpelze. Alter, wir haben halt wieder alles gefarmt, gell? Wir können einen riesigen Rucksack herstellen. Kragkraft um 60, haben wir so einen? Ich weiß es gerade gar nicht. Eisbärenpelze für starkes Leder. Das machen wir natürlich. So, jetzt gucken wir mal nach. Was haben wir denn für einen Rucksack? Ist der auch riesig? Hier ist der irgendwo. Hey, riesiger Rucksack, ja. Ja, okay, dann müssen wir ja nicht nochmal einen herstellen. So, haben wir ja am Start. Haben wir hier eine Schmelze? Nicht, äh, da haben wir eine. Ja, man glaubt nicht. Na, wie die muss sein. Machen wir hier mal weiter. Noch schön was kochen. Sollen wir da? Salz und Hasenpfote. Ja, komm, mach mal. Wildfleisch hier. Ja, alle, komm. Oder welches lohnt sich da am meisten? Für 420 Sekunden 9 Punkte. 700 Sekunden 6 Punkte. 780 Sekunden 8 Punkte. Ja, komm. Ich glaub, wir haben eh... Ja, wir haben eh genug Salz, um alles zu kochen. Von dem her machen wir das auch. Alles klar. Easy. Dann haben wir auch das geregelt. So, und jetzt können wir hier einiges reinhacken. Von unserem Zeug, bitte. Da haben wir auch schon wieder einiges gesammelt, gell? Junge, Junge. Wie schnell das immer geht, dass man hier so viel sammelt, gell? Ist schon irre. So, dann haben wir einige Bücher. Die können da eigentlich auch mal alle rein. Ich mein, wiegen ja auch alle eins. Zauberbücher, ja, Bogenbeschwören ist uns egal. Da soll ich nur die Seelen verlegt, müsste ich da lassen. Ja, so, das kann da alles rein. Das wird da alles gehortet. Ja, keine Frage. Und das tun wir da auch rein, oder? Obwohl, vielleicht können wir das ja irgendwann mal noch testen. Vielleicht können wir das ja irgendwann mal noch testen. So, was haben wir hier? Die ganzen Dinger. Ja, die läppern sich halt auch. Ich dachte, die werden alle in mein Bauplan-Magazin reingetan und wiegen dann da drin nichts mehr. Aber irgendwie bin ich mir da nicht ganz sicher, ob das hier überhaupt der Fall ist. Dann haben wir ein Elfenbein. Ja, das kommt da jetzt halt mal rein. Was haben wir hier noch? Erze. Ja, Erze können da auch rein. Fragment. Linkes Horn. Okay. So, dann haben wir noch einige Edelsteine. Hufeisen. Warum habe ich das? Kann ich das irgendwie fallen lassen? Naja, dann legen wir es ab. Kohle. Ja, warum habe ich sowas immer mit dabei? 33 Lederhaut kann da rein. Schöne Steine haben wir da. Einiges an Erz. Ja, die kann ich mal mitnehmen. Da könnte man nachher schon mal schauen, wie viel wir eigentlich schon so rausholen könnten an Schaden. Mit denen, oder? Was können wir eigentlich machen? Dann nehmen wir hier jetzt doch glatt mal irgendein cooles DAD mit oder so. Haben wir da was? Ein Goldring. Ja, da können wir, glaube ich, auch... Obwohl, wenn ich jetzt was mega Teures herstelle, macht ja auch keinen Sinn, weil wir zaubern jetzt ja eh erst mal Quatsch rein, sozusagen. Deswegen, wir gucken erst mal so. Wir gucken erst mal so. Boah, in die uralte Maske könnten wir auch Bogenschaden reinmachen. Das wäre ja mega geil, oder? Und dann können wir die tragen. Darauf hätte ich hart Bock. Ja, da muss Bogenschaden rein, ganz klar. Wie viel Rüstwert die hat, ist eh vollkommen egal. Jedes Mal, wenn wir in Nahkampf verwickelt werden, haben wir halt verloren, ist halt so. Ist halt einfach unser Build, sozusagen. Wie viel haben wir jetzt? Was ist denn noch so schwer? Was ist denn noch so schwer? Okay, der kann noch raus. Ah, die Abbitte wollte ich noch ablegen. Da nochmal 10 Kilo. Die legen wir definitiv noch schnell ab. Das mache ich jetzt gerade mal schnell. So, guck mal hier, ha? Ja. Ab, bitte darf da rein. Der darf da wegen mir auch schnell rein. Winterschneide. Ja, kommt. Müssen wir jetzt eigentlich echt nicht immer mitnehmen. Die ist halt schon ziemlich cool. Und hier haben wir jetzt halt auch noch einiges, gell? Ja, das hier behalten wir. Alles andere kann da erstmal rein. Können wir früher oder später mal verkaufen. Wenn ich dran denke. Äh. Oh, und die Sternlingsschilde. Die schmeiße ich dann glaub ich schnell raus. Weil die kann jetzt niemand mehr kaufen. In der Truhe will ich sie nicht. Und ja, wisst Bescheid. So, hier, guck mal. Wo sind sie jetzt? Hä? Da, okay. Weg mit euch. Die liegen da jetzt für immer, oder? Dann liegt bitte lieber da unten. Nein. Nein. Da wird gedumpt. Da wird erstmal einfach ein bisschen Stuff rausgeschmissen. Okay. Dann gucken wir jetzt noch schnell, was wir da reinzaubern könnten. Das hätten wir auch daheim machen können, fällt mir gerade auf. Aber wir gucken jetzt nochmal schnell in der Stadt. An ihrem Tisch, was wir da reinzaubern könnten. Wie viel Prozent wir da schon kriegen. Ich gehe jetzt mal von elf aus. Obwohl, wir sind jetzt ein bisschen talentierter, als wir es das letzte Mal waren. Vielleicht gehen ja sogar schon zwölf, dreizehn. So, ich guck mal hier. Tja, da kann man nichts machen. Obst, Gemüse, frisches Brot, alles frisch von der Bauernküste. Obwohl wir die halt gerade benutzen. Nee, macht keinen Sinn. Okay, so, jetzt pass mal auf. Hier, also, was wollen wir verzaubern? Machen wir mal einen Goldring, oder? Was hat die kleinste Ratio, Silberring hier? Ach, obwohl, komm, mach mal, mach mal direkt einen Goldring, oder? Mach mal, mach mal, mach mal einen Silbergranatring. Oder sogar einen Silber-Rubinring. Ah, nee, kommt. So, also, wo ist, äh, festigen Fernkampf? Die Sonne sind schwerlich. 13 Prozent. Ja, let's go. Den machen wir. Den machen wir. Da wäre doch gelacht. So, dann haben wir da direkt einen besseren Ring. Ja, was kann unser jetziger? Hat elf, gell, genau. Klasse, guck mal. Kann man den bei Zeit mal verkaufen. Die, ah, das ist jetzt halt schwierig, gell. Wir brachten halt irgendwie Assassinen-Schuhe oder so. Dann kriegen wir bestimmt irgendwo mal wieder. Dann könnten wir halt die entzaubern und dann einfach selber welche herstellen, letztlich. So die Idee. Und die könnten wir eigentlich mal entzaubern, oder? Oder verkaufen. Ach so. Haben wir schon drauf. Ah ja, können wir schon. Na dann. Können die eigentlich noch verkauft werden. Aber, na, ist jetzt egal. Mach mal, mach mal next time. Jetzt schauen wir mal langsam, dass wir hier weiterkommen. Wo ist denn jetzt hier die Rüstung? Set des Nordens. Ja. That's it. Okay, klasse. Perfekt, perfekt. Dann sind wir jetzt gut gerüstet. So ist doch schön. So ist doch richtig schön. Alles klar. This I like. Perfekt. Okay. Dann, äh, habe ich alles gemacht, was wir machen wollten, oder? Mal nachdenken. Ja, doch. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Dann gehen wir jetzt hier auf unsere Rückkehr. und kehren zurück. Die Assassinen-Mütze ist schon ziemlich cool. Ist das nicht die von der Ralata einfach? Oder sieht der da nur ähnlich? Ach, wie dem auch sei. Ah, und jetzt ist aber hier unser Hund nicht mehr da. Ach shit, den wollte ich ja noch arg rufen. Aber der ist jetzt quasi einfach gar nicht mehr da. Und kommt halt, wenn wir den das nächste Mal rufen, dann einfach. Okay, ja. Dann ist letzten Endes eigentlich wurscht, wo der ist. Sag mal, sind da Viecher drauf? Sehe ich das ja... Das sehe ich leider richtig. Ja. Ja, sollen wir versuchen von... Nee, das ist Quatsch, oder? Gehen wir irgendwie da drauf und gucken, ob wir von da hochkommen und dann irgendwie drauf shooten können oder so. So der Plan. Wie sieht das hier aus? Ah, besser als in Skyrim, finde ich. Definitiv. In Skyrim sah das immer so schräg aus, fand ich immer. Schwimmen die immer so... Oh, ich habe irgendwas im Auge. Das ist jetzt ein bisschen räudig. Denkbar schlechtes Timing dafür. Ah. Ja, wird sich schon einkriegen. Wird sich schon einkriegen. Achso, da darf ich gar nicht drauf. Achso, da hier musst du irgendwo... Easy. Easy, dann schauen wir mal. Ich glaube, meine Idee geht nicht so auf, dass ich da so drum rumgehe und von oben mit einem Höhlenvorteil. Ich glaube, wir müssen leider relativ direkt rein. Ich darf hier nämlich gerade aktuell nicht mal hüpfen. Ja, dann müssen wir da leider direkt rein, wie es aussieht. Ah ja, das geht hier auch voll. Sind schon einige. Ja, machen wir direkt mal. Oh, unsere Sternlings-Rattenspinne, oder? Äh, Magie... Sternlings-Attrappe. Ja, oder? F, Favoriten hinzufügen. Q, Sternlings-Attrappe auf die 6. Ja. Dann hol mal die mal raus. Wie werfe ich die? Ich muss gucken, wie ich die werfe. Wie weit fliegt die? Bei Tod oder durch erneutes Drücken von... Schaut, okay. Ja, dann checken wir jetzt mal aus, was die so da macht. Scheint da ein bisschen zu operieren, während wir hier reinshooten, oder? Alter, die explodiert ja komplett. Ich dachte, die explodiert. Aber die explodiert ja komplett. Also so richtig. So wie ich nicht dachte, dass die explodiert. Ich dachte, die explodiert halt so ein bisschen. Wisst ihr, wie ich meine? Aber die ist ja komplett in die Luft gegangen. Ups. Ups. Und dann schwächt die auch nach Gegner und die kriegen dann mehr Damage, wenn wir draufschießen. Hey, die ist eigentlich ziemlich cool, würde ich sagen, oder? Sag mal, wie komme ich denn hier? Soll ich hier drauf? Oder, ja, machen wir das mal. Äh, was? Okay, ich check nicht ganz, warum ich das da nicht treffen darf. Äh, ist meine Sternlingsspinde schon wieder down, oder wie? Dann schmeißen wir die doch nochmal da hin. Hier geht er mal hin. Da gehen die jetzt nicht hin. Ja, dann geht mal da hin, bitte. Da sollt ihr hingehen. Oh, die ist ja mega süß. Okay. Hä, man hat die ja ständig. Ah, okay. Jetzt kommt der Cooldown. I see. Hm. Interessant. Ja, kommt. Ich muss da einfach rein. Das Spiel will, dass ich einfach reingehe, oder? So schade ich das finde. Wo ist das Viech denn? Hä? Hä? Du bist down, gell? Ja, okay. Ja, keine Ahnung, was mit dem Viech abgeht und wo genau das ist, aber es wird schon früher oder später rumkommen, oder? Speichern wir hier einfach regelmäßig. Ein Captain-Alter, Satisfärten-Lasers, ja? Was wir verdienen? Errungenschaft freigeschaltet. Krass. Da hagelt es richtig Errungenschaften in letzter Zeit, oder? Früher haben wir da selten welche bekommen und jetzt gerade geht es richtig ab. Ja, cool. Neh mal mit. Keine Frage. Ach, du bist eine Sie gewesen. Sollen wir die über Bord werfen, oder runter zu den anderen Leichen, oder? Na, egal. Jetzt haben wir hier Passagierbuch der Morgentau. Easy. Ein modriger Geruch schlägt euch entgegen, als ihr das Passagierbuch öffnet. Das Buch ist durch das Meerwasser schwer in Mitleidenschaft gezogen werden. Nur einige wenige Namen sind zu erkennen. Ihr blättert durch die nassen Seiten, bis es schließlich eine interessante Stelle findet. Passagierin Tara Mildred. Was steht da? Beschäftigung Akrobatin. Bezahlt bei Reiseantritt. Arbeit in Kombüse. Notizen. Gebirgt von Dalmer... Von Dalmercer. Okay, interessant. Ja, dann müssen wir wohl den als nächstes finden. Den Dalmercer. Jetzt will ich aber erstmal noch... Ja, hier eben. Hi. Da bist du ja. Da bist du ja. Hammer das auch. Alles klar. Hammer das auch, ha? So, was geht hier jetzt noch? Eine Zange. Ein zerstörtes Buch. Cool. Ist nicht so wichtig für meinen Grind, oder? Was haben wir da? Haben wir da irgendwie durch? Kiste. Winkeleisen. Ja, fett. Die Schwächung bleibt echt lange. Von dieser Sternlingsspinne. Ich muss echt sagen, ich mag eigentlich alles an ihr. Truhe mit Bullshit. Ja, das scheint es auch gewesen zu sein. Ha? Nochmal ein Fass und so. Ah. Ist das besagte, dass die mich noch nicht entdeckt hat? Ist das er? Ja, er, ja. Da müssen wir mal gucken, wie wir das am besten regeln. Schau mal. Ja, das ist er, ja. So, da bin ich sehr gespannt, wie viel Damage die gleich kriegt, wenn unsere Sternlingsspinne platzt. Ah, okay. Ah, easy, hä? Ertrunkene Matrose. Der dampft. Enderlea Groschen. Dietrich Stark. Okay. Kisten. Truhen. Assassinen Schuhe, die wir so verzaubern können, wie wir das gerne hätten. Ein Morgenlufttrank. Oh. Und noch ein wegestreuen Schwert, Alter. Das da so in einem Geheimfach drin versteckt war, ja. Starkes Leben. Okay, dann haben wir hier ein magisches Symbol. Air. Ach, alter Junge, wie es die Z-Gegenstände auf uns niederhagelt. Schleier, das, ja, leichte Rüstung um 12. Einhandwaffen 10. Festig Lebensenergie um 10. 8% bessere Händlerpreise. Stark. Z des Tribunals. Ja, Entropiezauber, bla, bla, bla. Sehen aber cool aus. Runenpfeil. Bauplan Knochenbogen. Ektoplasma und Geistertuch. Stark. Äh, ja, stark. Und warum? Ah, die sind gedubuffed. Jetzt check ich's. Die sind von unserer Spinne gedubuffed. Das sieht da so aus. Ja, Leute, dann würde ich sagen, wieder eine erhabene Episode. Äh, ich wünsche euch was. Lasst Liebe da. Oh, man kann hier nicht pennen. Stay hydrated. Stay enderal. Bis zum nächsten Mal. Euer P. Ade. Und wir sehen uns mal an überledigen issued. ier. Ich wünsche euch diese Eier. Denn das war eine Lung, was ist passiert. Hallo. Die wird ein hier nicht.